Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich ein Follow-Me-Round von den Löwen Classics drehen. Da fahre ich jetzt gleich mit einer Freundin hin. In zehn Minuten geht es los. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Jetzt mal mit meinem Handy, weil die Kamera sitzt mit dem großen Objektiv ausgestattet, damit ich ein bisschen fotografieren kann. Und ich freue mich schon riesig. Und wir haben ein Tagesticket, wir haben bestimmt relativ lange Dasein. Vielleicht treffe ich da auch eine andere Freundin, Nina, vielleicht kennt ihr sie. Und ja, dann geht es los. Wilhelm Ludwig, Adam Paula, 1, 1, 2. Ludwig, Wilhelm Ludwig, Adam Paula, 1, 1, 2. Die 160 Jahre ist die Öffentlichkeit für die Menschen im Braunschweiger Land ein zwei lesbiger Partner, auch in Form von Förderungsarbeiten, Veranstaltungen und Projekten über die Region. Seit 2006 und damit 3 zu 15 Jahren folgen wir uns der regionale Versicherer als eine der Hauptsponsoren der Löwen Classics. Die 60 Jahre ist die vor dem Verhalten wird ein помогst was, die sie in der Lage dann auch aufzeigen. Die in der Stole versicherer als eine der Hauptsponsoren der Gröning. Die in der Stole versicherer als ein bisschen stampedeut, ist die in die Richtung. Die in der Stole versicherer als eine ausfolgenden Nachbundin, ist das deine Stole super. Die in der Stole beträgt sie sehr viel, als Sie die in der Stole versicherer als eine repräsentation. Die in der Stole versicherer als eine An avispolitik. Die in der Stole versicherer als eine der Stole und sprachs, Die in der Stole versicherer sind die Stole, die ist, das das nicht geliefert. Die deutsche Meisterschaft der Landesverbände Die deutsche Meisterschaft der Landesverbände empfangen wir unsere Siegerung! Die deutsche Meisterschaft der Landesverbände 14 Jahre alt ist die Hannover, spürt im Koppel, hat man sehr erledigt, dann Sie danken Sie von der uns. Und hier ist er noch ein Dekker, bei der wir Oversteger. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben die Auftragsspringprüfung zum AGB Bundesabwurtschampionant der Springreiter 2017, gefördert von der Hausgeberstiftung. Ernein empfangen wir noch die Siegeräten und den Kanzierten. Angeführt von Marie Ligges. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.